Du musst bestimmt auch bald aufhören, ne? Ja, schon so bald. So bald. Wir müssen mal gucken, heute haben wir auch ja keine 20-Minuten-Folgen gemacht, weil, ja, hätte es sich heute nicht so angeboten. Aber müssen wir mal wieder gucken, dass wir in Zukunft mehr machen. Ja. Ja, denke ich mal auch. Ich hau mal alles unten rein. Solange wir noch spielen dürfen. Ja, ja. Oh, was machst du dahinter? Ist wieder alles orange hier. Das war die ganze Zeit orange. Huh. Hallo. Schau mal, ich muss was zeigen. Ich muss was hängen. Siehst du den? Ja. Oh, cool, oder? Ach so, der kategoriert das quasi. Ja, auf welcher Höhe du bist und auf welcher, ich glaube, X- und Y-Seite oder so. Okay, aber warum hilft der hier? Wofür brauchst du das? Das sehen wir doch im Radar. Ja, aber hä, was macht der eigentlich? Ich habe einfach nur cool gefunden. Okay, und den musst du mitnehmen, oder was? Das ist mein Haustier. Ne, müsst nicht. Ich kann das abbauen. Das sitzt hier so. Ach so. Dann habe ich den hat. Okay. Ein Haustier. Aber hier. Hier sind die neuen Zellen. Und die kannst du dir jetzt einfach so bestellen. Was hast du denn hier gemacht? Rahmen mit irgendwas, was da absteht? Ja, das ist das. Das ist slash def slash null. Hä? Das heißt für mich nicht so. Bei mir ist das Rahmen. Ja, ja, aber Rahmen da drunter ist die Gegenstand. Ach so, ja. Und was soll das helfen? Ich habe einfach nur ein bisschen erforscht. Sehr schön. Okay, also das hilft hier gar nichts. Da sehe ich hier keine Anzahl, gar nichts drin. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ja, es sieht nicht schön aus. Also auch, dass dieser Rahmen da so komisch absteht und mal nicht. Das ist, glaube ich, ich habe keine Ahnung, deswegen. So ein Metall oder so. Ja. Ne, das ist, weiß nicht. Ich glaube, es ist ein normaler Bruchstand. Nein, das ist kein Bruchstand. Ich habe keine Ahnung. Es sieht auf jeden Fall nicht schön aus. So. Jetzt kommt es. Also ich möchte mindestens, möchte mindestens eine Kohle hier drin mehr haben. Eine Kohle? Eine Kohle mehr hier haben. Also ich möchte hier ungefähr 2174 jetzt haben. Ungefähr oder genau? Genau, 2174. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin? Okay. Oh, jetzt habe ich den Dings. No, ist egal. Udan. So, weiter geht's. Alter, was habe ich alles mitgenommen hier? Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Warum verschickst du mich in den Neta? Neta, Neta, Neta. Neta, Neta. So, ich würde sagen, Kohle kommt im nächsten Schub. Ja? Ja, ja, ja. Uno momento, Papa, wo? Muss ja immer alles andere reintun. Und da haben wir es. So, du willst mindestens einen haben. Kriegen wir hin. Ist drin. Das ist Nummer drei. Na, das geht nicht. Also bitte raussetzen. Das verstopft unser ganzes System. Aha. So, Gold können wir machen. Eisen können wir machen. Was brauchen wir sonst noch so? Das ist Wahnsinn. Uranerz. Achso, ich habe übrigens auch den Reaktor gefixt. Ich habe mich bei den Blöcken vertan. Philipp, du machst keine Fehler. Das ist ein Minecraft-Fieler. Das ist, das ist, ich würde sagen, eher dein Fehler. Du bist kein Kind. Hä, was machst du? Warum gehst du da rum? Ich springe. Ne, es war die Einstellung hier bei dem Block waren. 0 auf 100? Ja, ich habe die Einstellung, die auf diesem Block sind, habe ich außerdem von die hier genommen. Also ich habe gedacht, dieser Block ist ja da drüben. 80 Prozent. Genau. Das heißt, bei 80 Prozent geht der aus. Genau. Und dann, wenn er gut ist, geht es. Und hier ist es von 0 bis 100 soll er Energie machen. Die Sterbe, wie weit die reinfahren. Okay. Okay, okay. Und das könnte erklären, warum der auch so viel verballert hat. Wahrscheinlich. Ja gut, läuft doch. Na, über zwei Wochen, das ist dann schon, hat er einiges, ne? Kann schon sein, dass der dann leer läuft. Äh, der war schon deutlich eher wahrscheinlich näher. Äh, Disketten. Achso, hier sind noch welche. Ich wollte gerade sagen, es wird schon alles rot. Äh, alles gut. Einfach reinschmeißen jetzt. Einfach reinschmeißen. Okay. Neun Barren Eisen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Brauchen wir da noch? Gehen da rein. Ach ja. Ja, ja, ein bisschen anstrengend. Ja. Also ich jetzt, oder, äh? Nee, der ganze Tag halt so, ne? Heute Morgen bin ich auch Professeur. Da hab ich die Parlamentssitzung. Du glaubst ja gar nicht, wie langweilig so Parlamentssitzungen sind, ne? Ohne Scheiß. Weißt du, wie die Abstimmung war? Das ist krass, Alter. Ich hab das noch nie gesehen, die Abstimmung, voll krass. Ja, sowieso, Gesetz sowieso, oder Entwurf sowieso. Äh, äh, wer ist dafür, wer ist dagegen? Wer ist dafür, wer ist dagegen? Wer enthält sich? Alter, und dann geht's weiter. Ich hab das Gesetz sowieso, Alter, ich denk mir, wie hat der einen Überblick im Parlament? Äh, das ist krass. Das sag ich gar nicht. Der schätzt das einfach mal so, ah, okay, ja. Ja, das sind 700, 800 Leute. Ich hab keine Ahnung, wie viel, Alter. Und die heben die Hand und ich denk mir so, okay, geht's jetzt grad nach seinem Gefühl oder ist das schon alles Rechtes da? Alter, das war krass. Oder dann, manchmal mussten die auch drücken. Da waren so, drück, ich weiß nicht, warum das mal so, mal so ist. Warum machen die nicht immer drücken? Ne, das ist totaler Blödsinn eigentlich. Äh, da mussten die halt an diesen Computer-Terminal, den die da haben, drücken. Und dann sagt er, ja, Abstimmung sowieso. Ist jetzt eröffnet. Ist jetzt geschlossen. Ich denk so, Alter, jawoll. Und wenn dir irgendjemand mit seinen Fingern grad mal sich verhaspelt hat oder so, dann... Pech gehabt. Naja, und das ist auch das, was die Julia Reda halt ein bisschen moniert hat, weil die Abstimmung eigentlich immer so schnell vonstatten ging. Dann ist der Stream ja komischerweise abgebrochen. Sehr komisch. Ähm, ausgerechnet da. Und... Bei Artikel 13 oder was? Ja, ja, genau. Genau da ist er abgebrochen. Ah, was? Das ist ein blöder Zufall. Ja, das hab ich mir auch gedacht. Und Julia Reda hat nämlich dann gesagt, im Interview danach, ähm, dass, äh, die Abstimmung nicht neutral war, weil, ähm, normalerweise gibt es keine Bedenkzeit und, ähm, dort hat er wohl angeblich, der Vorsitzende, hat dann angeblich, äh, äh, laut Julia Reda gesagt, dass, äh, noch nicht alle abgestimmt haben und man noch warten müsste, weil sie sich noch überlegen, was sie abstimmen. Und da hat sie gesagt, das ist eine Einflussnahme im Endeffekt und so und, ja, jetzt muss man gucken halt, ist schon ein bisschen komisch. Also, wie gesagt, wir konnten es natürlich nicht sehen, weil, wie gesagt, der Stream war abgestürzt halt, ne? Oder abgeschaltet, man weiß es nicht genau. Aber nur bei Artikel 11 oder, äh, bei Artikel 13 oder auch bei Artikel 11 oder 12? Äh, das betraf ja alles. Also alles beides. Es war ja die Abstimmung, ob man Artikel 11 und 13 irgendwie rausnimmt wohl. Okay, die haben das zusammen dann gepackt. Genau, das wird hintereinander abgestimmt. Das war erst die Frage, soll Artikel, äh, 11 und 13 irgendwie, soll da irgendwelche Änderungen sein? Äh, ich glaube, es ging sogar nur noch um Artikel 13. Bin mir jetzt aber nicht so sicher, weil, wie gesagt, ich konnte es ja nicht sehen. Äh, ja. Auf jeden Fall, äh, genau über diese Abstimmung ist es halt abgestürzt und, ähm, du konntest halt F5 drücken, wie du wolltest. Ich bin mit dem Handy, ich habe versucht, da raufzukommen mit, mit Laptop, mit tausend Geräten im Endeffekt. Äh, voll übertrieben, aber ich glaube, man weiß, was ich meine halt. Ich habe da echt versucht, den Kontakt herzustellen mit der Homepage und, oder mit dem Video-Stream. Und, ähm, ich weiß nur, dass halt, äh, am Anfang gefragt werden sollte, das hat Timo Wilkin gestern Abend schon erklärt, ob, äh, es eine Ausnahmeregelung, also eine Nachverhandlung geben soll über Artikel 13 und vielleicht 11, das weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall 13. Ähm, und da sind die ja mit fünf Stimmen halt, wie gesagt, gescheitert und, ähm, also respektive drei. Und, äh, äh, wo das gescheitert ist, wird dann natürlich gefragt, weil es steht ja fest, dass es, äh, das nicht mehr nachverhandelt wird. Dann wird halt gefragt, äh, was ist mit dem Gesetz im Wurf, soll der jetzt so durch oder nicht durch halt, ne? Und wäre es jetzt natürlich anders gewesen, wäre Artikel 13 oder so ausgeklammert worden, weiß ich nicht, wie es dann gelaufen wäre halt, ne? Ob es dann irgendwie noch was gegeben hätte oder so. Wie gesagt, man konnte es ja auch nicht sehen. Man kennt sich da auch ehrlich gesagt gar nicht aus, also, da muss man halt wirklich ehrlich sein. Ich glaube, die kennen sich gar nicht aus. Ja, das glaube ich auch, dass die Politiker sich selber teilweise gar nicht auskennen. Man müsste sich eigentlich mal mit so einem Politiker treffen. Was, hast du den Rahmen hier anders gemacht? Das sieht voll kacke aus. Was ist das? Warum ist da so eine Metallplatte rum? Wenn er so aus schaut, da, schau. Ey, du hast einen viereckigen Block in der Hand. Ja. Ich habe keine Ahnung, was er macht. Okay, Schrott. Ja, wir brauchen das auf jeden Fall nicht. Was soll das da hängen? Wäre er sinnvoll, dass wir den Monitor Ach so, ich weiß, was das ist. Nimm den mal in die Hand und geh mal mit der Maus drüber und dann kriegst du alle Informationen von dem eigentlich, von dem Item. Äh, welches Item? Von dem Block. Wie soll ich denn da mit der Maus raufkommen? Geht ja gar nicht. Da ist irgendwo ein bisschen bei dir im Block, oder so. Du hast das eh in der Hand. Ja, aber wie soll ich da mit der Maus raufkommen? Mit E drücken und dann im Inventar schauen. Ach, der erzählt mir jetzt, was das ist. Veganer Salat. Ja, aber Pen Service. Aber das ist ja, das kriege ich auch so raus. Ja, aber wenn du mal vielleicht dieses J-Nicht hast oder wie. Ach so. Auf jeden Fall ist das Müll. Also mit Shift hast du auch Order, Direction, Jungs und alles. Egal. Ja, ich brauch's nicht. Also wenn du das haben willst, nimmst, aber ich brauch's nicht. Ich hab's auch mal gekitzt an jetzt. Zwar noch ins System, aber vielleicht schmeiß ich's irgendwann weg. Ja, Festplatten wär'n ja schon wieder rot. Alles gut. Das wird's mal blau, aber gut. Ja gut, hier ist schon fast alles rot. Ja, die waren auch von Anfang an rot schon. Aber ich will nicht sagen, aber ich... Es könnte vielleicht daran liegen, dass diese 5000 Fische hier drin sind. Diese 5... Ja, aber die brauchen wir doch, oder nicht? Du kannst dich verarbeiten ja zu Sushi und so. Ja, darum ja. Ja... Ja... Ja...